Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Factory Towns mit mir mit dem lieben Silenz. Wir haben letztes Mal ja angefangen hier die ganzen Fließbänder und so weiter umzubauen und auch Milch zu produzieren. Oder zumindest die Anlage dafür hingestellt, sagen wir es mal so rum. Das heißt wir brauchen jetzt noch wieder... Ähm... Genau, Fließbänder für die Milch. Das war das was ich sagen wollte. Ich bin irgendwie mit dem Kopf wieder... Naja, kennt man ja nicht anders von mir. So, laufen die jetzt richtig rum? Ich hoffe es, ja. Dann einmal alles mit Farmtiles zupacken. Dann schaffen wir vielleicht sogar noch die 200% heute. Äh, die 120%, 200 Zufriedenheit. Mal gucken. Aber hauptsächlich eigentlich will ich nur versuchen mehr Geld zu machen. Und ich hab wieder Stuck auf. Cool. Weil, wie gesagt, die gelben Münzen sind halt so ein bisschen... Ja, plus minus null eigentlich, sag ich mal. Die roten Münzen sind eigentlich gut im Plus. Von daher brauchen wir da eigentlich nichts machen. Und blaue Münzen gehen wir momentan halt nicht aus. Das heißt, ähm... Ja, die Milch kommt demnächst an. Mal gucken, wie lange es dauert. Na, 80%. Ein bisschen dauert es noch. Dann können wir währenddessen schon mal ein Arbeiter... Kein normaler Wagen, ein Caravan... Nehmen und den noch nicht einstellen. Ja. Äh, ich hab auch... Ich weiß nicht, ob ich das Onscreen gemacht hab oder Offscreen. Bin ich mir grad nicht sicher. Hab ich, ähm... Die Caravans nochmal umgebaut. Und zwar für jedes Item nur noch einen einzigen... Einen einzigen Wagen. Weil tendenziell, solange die quasi nicht leer zurückfahren... Heißt das ja, wir haben noch genug. Und da das eigentlich immer der Fall war, dass sie nie leer waren... Ähm... Ja, war mir das eigentlich egal und wir haben das so gemacht. Mir fällt jetzt nur grad auf, dass was passieren kann, ist, dass sie sich hier gegenseitig blockieren. Dass einer hier reinfährt, einer hier reinfährt und die blockieren sich hier. Das heißt, wir dürfen die doch nicht mit einem Abstand platzieren. Oder müssten halt zwei Abstände machen, aber... Dann verlieren wir zu viele Häuser, meiner Meinung nach. Äh, dann machen wir es erstmal so. Gucken wir mal, ob das auf Dauer so klappt. Wie sieht's hier aus? Äh, ich hab vergessen den Output hier zu machen. Ähm... Zack, zack. Und die beiden und hier natürlich auch noch einmal den Output. Ich hoffe, dass die noch aktiv werden, aber... Scheint so zu sein. Ich hab hier unten natürlich den Output auch wieder vergessen. Äh... So. Und... Den fehlt jetzt noch das Wasser. Ich hab echt die Hälfte hier vergessen. Schlimm sowas. Bei Wasser weiß ich, da brauchen wir eigentlich am besten zwei von denen. Weil zwei Wasser pro Sekunde verbrauchen, ist halt nicht unbedingt wenig. Genau, also... Wird knapp. Äh... Shit. Ähm... Okay. Filter. Nur die Milch. Filter. Nur die Milch. Shit. Hahaha. Ja gut. Hab ich gesagt, dass ich es richtig mache? Hahaha. Äh... Falsch rum. Äh... So. Jetzt haben wir hier nur noch Milch drauf. Hoffentlich auch... Nicht zu schnell. Äh... Bei zwei Sekunden... Wir brauchen echt die besseren Fließbänder. Was brauchen wir dafür? Ähm... Wir brauchen... Ich geh mal einfach davon aus, wir brauchen Mana Power. Da wir die Wagen hier hin fahren lassen, sollte es ja eigentlich auch von der Geschwindigkeit her gehen. So. Ich kriege das einfach ein bisschen breitere Wege. Wir haben die Steine hier aktuell. So. Dann forscht ihr jetzt mal Mana Power. Und nach der Mana Power brauchen wir, genau, Air Crystals. Da sind Earth Crystals. Hier sind übrigens noch ein paar Leute, die arbeiten. Ähm... Ich weiß nicht, haben wir irgendwo... Ja, hier hätten wir zumindest Air Stone. Und wie machen wir Air Crystals? In einem Lufttempel. Den wir hier unten, glaube ich, haben. Genau. Dann packe ich die jetzt mal eben da hin. So. Und der braucht Air Other. Den macht man in... Elemental Refinery. Ähm... Dann machen wir jetzt sogar doch noch ein bisschen was Neues. Ach. Die haben wir noch gar nicht. Shit. Ähm... Hä? Ach so, Elemental Extraction. Ah, hier ist die. Okay. Uh, die kostet Lieder Forschungspunkte. Okay, dann machen wir das doch noch nicht. Aber wir können hier schon mal Milch verkaufen. Und das nächste, was ich machen wollte, waren Eier. Weil das in etwa... ...das gleiche ist. Das heißt, wir kaufen hier nochmal... ...ein bisschen neues Land. ...hoffen einfach mal... ...dass wir genug rote Münzen haben. Äh, ich muss noch ein tiefer und wir haben kein Geld mehr. Gut, dann wird das doch nicht gemacht. Äh, was kann ich denn vielleicht Einfaches noch hier machen? Da könnte ich Nägel noch machen. Die sind recht einfach. Ähm... ...oder Leder. Ah, dann machen wir Leder. Das ist auch recht simpel. Da brauchen wir... ...vier Stück in acht. Äh, das heißt, wir brauchen... ...die Hälfte nur an Leuten. ...warten. Das heißt, wir brauchen... ...drei Farmen wieder. Warte mal in acht Sekunden. Da könnte man ja eigentlich auch... ...vier Stück einfach von aufbauen. Ja. So, das heißt... ...hier kommen die Teile hin. Äh, ja. Dann ihr beide wieder. Na gut, hier muss ich dann demnächst auch nochmal dieses andere... ...Konstrukt aufbauen. Danke für die Forschung. Und jeder von denen sollte... ...eigentlich mit... ...einer Grainmill auskommen. Müssen wir gleich mal gucken. So. Das heißt... ...Leder... 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 ...Animal Feed... ...ja. Wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe, sollte das aufkommen. Heißt, wir haben hier sehr viele Puscher. Dann brauchen wir wieder ein paar Brunnen. Äh, hier. Jetzt klicke ich mich schon selbst bei den Gebäuden querfeld ein. ...Schlimm. So. Ihr braucht jeder ein Brunnen. Na. So. Dann wieder ein paar... ...Grabber. Ich habe den schon wieder falsch schon mal aufgebaut. Ich baue den irgendwie jedes Mal falsch schon mal auf, habe ich das Gefühl. So. Nach oben. Nach unten. Dann... ...Weizen. ...Weizen und Wasser. Weizen, Wasser. Das ist auch überhaupt nicht nervig zum zehnten Mal in Folge gefühlt, ähm... ...Weizen aufzubauen. Aber... ...muss halt leider sein. Also, muss nicht sein, streng genommen, aber... ...ja. Ihr wisst, was ich meine. Wie habe ich das hier eigentlich aufgebaut? Habe ich das da freigelassen? Nö, da habe ich das auch so zugebaut. Passt schon. Ja, hier sind die Dinge auch komplett hochgewachsen. Dann brauchen wir Plant Weed. Also hier beispielsweise könnte man jetzt relativ simpel natürlich, ähm... ...einfach das, äh... ...den Vertilizer wieder zurückleiten, aber... ...wofür? Solange man es nicht braucht, ist ja egal. Okay. Bei dem Workshop haben wir... ...auch 10 Sachen. Das heißt, wir müssten... ...hier quasi noch einen dritten langziehen. Ähm... ...warte mal, wie habe ich das gemacht? Genau, also der letzte ist der oberste und der vorderste ist der unterste. Okay. Das heißt, wir haben jetzt... Ne, warte mal. Wie habe ich... ...warte mal... ...wie kompliziert habe ich das hier eigentlich gerade gebaut? Okay, das heißt... ...dass diese Spur müsste jetzt eigentlich die oberste Spur sein. Weil die halt als letztes nach ganz unten geht. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Das heißt, wir haben hier einmal eine Spur. Wir haben die Spur. Und wir müssen jetzt irgendwie... ...mhm... ...von hier hier runter... ...ja, das ist alles doof. Äh... ...üps. Das war falsch. So. Hier kommt der drauf. Hier kommt der drauf. Warum hat das hier hinten denn gepasst? Achso. Hier musste ich immer nur den zweiten hoch. Beziehungsweise habe da halt ein bisschen mehr Platz. Äh... Wie mache ich das denn jetzt hier? Also, ich kann natürlich noch ein bisschen rüberschieben. Dann hätte ich noch einen Platz mehr. Ähm... Hallo. So. Ein Platz mehr würde zumindest das schon mal ermöglichen. Genau. Weil dann würden wir hier quasi den Extractor drauf packen. Und das würde es zumindest schon mal ermöglichen, dass wir überhaupt weitermachen können. Ja, dann machen wir es so. Dann sieht es nicht mehr ganz symmetrisch aus, aber... ...ist halt so. So. Einfach aus Prinzip. Dann brauchen wir hier noch zwei weitere Bahns. Ah ne, ich habe die alle richtig rum. So. Das heißt... ...die untere Schiene geht... ...ja, erstmal bis gar nicht, weil ich zu blöd bin, richtig zu bauen. So. Bis hierhin. So. Dann... ...soll der hierhin. Passt. Und von ganz oben. Na. So. Passt. Und von ganz oben. Dann habe ich die drei hier. Dann kommt hier quasi ein Turm wieder hin, wo nur der unterste fehlt. Ne. Gar nicht mal. Der unterste fehlt ja gar nicht. Hier kommen einfach nur weniger hin. Genau. So. Ist das richtig? Das sieht irgendwie so komisch aus. Ähm. Ah ne. Ist richtig. Okay. Ich glaube, da werden hier noch 10.000 Mal mit durcheinander kommen. So. Und hier kommt jetzt... ...der quasi oben rauf. Dann so. Auf gut Glück, dass es hier vernünftig geht. Oh. Passt sogar perfekt. So. Dann einmal... ...Pause machen, damit nicht direkt wieder das Falsche hier rausgesaugt wird. Und ihr sollt hier Leder raussaugen. Also, da frage ich mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen, warum wird Leder direkt produziert? In einem Kuhstall? Und ich irgendwie noch zwischenverarbeitet oder irgendwas? Keine Ahnung. So. Wie sieht es aus? Werden die stückweise weniger oder mehr? Das ist jetzt die große Frage. Aber, wir können schon mal ein Worker einstellen. Und sobald das erste Leder da ist, können wir das Leder auch wegbringen. Und genau, wie man hier sieht, das ist halt eigentlich immer voll. Also, voll im Sinne von, die haben eigentlich immer die volle Happiness. Von daher sollte es eigentlich reichen. So, ich wollte hier mal eben reingucken. Genau. Leder kommt hier langsam an. Und dann werden wir als nächstes, glaube ich, einfach die Nägel noch machen. Dann kriegen wir noch ein bisschen schneller wieder rote Münzen. Und zwar könnten jetzt unsere gelben Münzen... Boah. Plus minus null geht das mittlerweile. Also, muss man mal gucken. Könnte ein bisschen gefährlich werden. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie ein bisschen was am Mikro umgestellt. Das übersteuert gerade ein bisschen. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier hat es sich langsam eingependelt. Milch wird definitiv mehr. Ähm... Hier kommt auch Fertilizer an. Warum? Weil ich hier nicht richtig eingestellt habe. Okay. Aber Leder pendelt sich auch nach einer Zeit ein. Ich fahre nochmal kurz, bis das letzte Fertilizer hier weg ist. Aber, so wie es aussieht... Ja, der Wagen nimmt 32 mit. Packt hier 32 rein. Und Happiness ist voll. Vielleicht ist das Lager noch nicht überall voll. Aber, ja gut. Mit Milch ist es auch noch nicht überall voll. Passt schon. Das wird sich nach einer Zeit irgendwann einpendeln. So, war das jetzt das Letzte? Ich hoffe mal. Gut. Aber, dann würde ich sagen... Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst eine Kommentarbewertung da. ETC, ETC. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.